Oh verdammte Scheiße, das war gestern ein schöner Abend mit den Jungs. Die 1.8.7. sind verrückt, Mann. Die Jungs sind richtig verrückt, Mann. Ich hätte fast mein Leben verloren, zwei-, dreimal. Und einmal hätte ich fast jemanden abgeschossen. Ich hätte einfach eine Waffe in meiner Hand, die war geladen, Mann.